Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alle drei, ganz langsam 音ês Jaa, Hochand, höre, klassisch untertitelung das ZDF für funk, 2017 속, 2017 都太低 et végan ok? Machst du immer kurze Videos und dann lässt du die durchlaufen? Lass durchlaufen. Kannst du dann nachher schneiden. Na schön. Sonst sind die besten Szenen weg. Kennt man doch. Wir haben heute in einem Euro-Shop noch 6 oder 7 Stirnlampen für den Reifenwechsel. Akkuwechsel, meint er. Nee, denn da muss doch ganz im Dunkel stattfinden. Auch Reifenwechsel. Da haben die Profi seine komische Stahlleute hier glückvolle Stehner. Ja, ich hab zuhause noch... Äh, gar nicht? Zwei Blitzkunden. Ich könnte ja hier in den Fenster... äh, die Batterien schieben. Das Spiel kommt nicht. Nee. Können wir zum Boxen kommen, wenn wir zum Fenster aufbauen. Ja, das ist ein Baum. Ja, aber gut aus, wie du noch unten ruhig bist. Darum ist die Verkehrt, vorne. Ein Crash und ich hab den nicht drauf. Ja, schön. Wart du uns doch auch hier hoch. Ich bin auf der falschen Seite. Ich hab den Griff. Ja. Ich hab ihn schon auf der anderen Seite. Ich hab ihn auf und so stehen. Ja, ich hab ihn schon. Ja. Ich hab ihn auch nicht vor, ja. Und dann alleine da eine Wunde geht. Wollt einer in deiner Nähe, du guckst mal mit anderen Lichtern, ne? Das wärst du auch noch nicht, ne? Ist doch schön. Das stimmt nicht. Beicht! Francisco! Hä? Wir sind mal hier! Ja, sieht gut aus. Da huschen welche mit Taschen ab, warum? Was ist das denn? Das ist irgendwie dunkel, oder? Die dunkel ist doch nicht gut. Ich will doch spielen mal hier dran. Nein. quién movst der Loa? Wir wissen ja, Gregor, was Reiter immer ist, weil der Reiter abgeliehen ist. Gregor, ich will als erster den 1.24 Neon-Leuchtschlauch für unter die Karo organisieren. Gibt es doch. Ja, Unterbodenbeleuchtung werde ich auch machen. So in Blau. Im Blau mache ich die Unterbodenbeleuchtung. Das ist zu wenig Spiel, du musst schon... Warte mal, warte mal hier. Hier haben wir das blinkende Modell von Micha. Und dann, eher neutral gehalten, der Fussel. Und dann der Otzi. Ja, habt ihr es bald. Und dann ist Gregor ohne Licht. Komm, Otzi. Heckt mich. Was ist, Ossi? Von hinten? Ossi-Polli! So, genug gefilmt. Stehe ich auf ein Auto?